Aber ich muss dir sagen, du hast dir den besseren rausgepickt. Ja, ich den besseren. Von den beiden Skins. Ja, ja, ja. Eigentlich will ich mich hier nur amüsieren. Hat jemand Feuer? Reinigt euren Verstand. Lasst euch durch nichts ablenken. Genau, Yannick. Oh, 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 jawohl, oh. Wir finden wieder niemanden. Das ist echt Dugfuck, ne? Wir müssen irgendwie immer so looten. Ich hasse es eigentlich so zu looten. Aber wir müssen immer durch die Kales looten. Irgendwann später. Ich hab die grad voll gezwickert. So jetzt, jahle. Ob ich dort mein Y auch mit im Flug einsetzen kann? Was? Dein Kunal? Loll. Loll. Oh, oh, oh. Loll. Jawohl, die hat aber gut Schaden passiert. Lust, Nest. Jawohl. Jawohl. Guck mal, die eine saß halt erst in der Ecke da vorne und hat uns grad ne halben Stunde beobachtet, ne? Guck mal, die saß hier in der Ecke. Hier. Die Arschgeige. Wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein. Ich hab keinen Bock auf die Viecher. Ja, ja, die sind doch echt ätzend. Die können aber auch überall durchstiegig sein. Ja. Vor allem die verfolgen auch einen irgendwie fünf Jahre lang. Also die sind echt ne Herausforderung meistens. Die sind einfach nur nervig. Loot haben die meistens keinen guten. Auch bei aus den Wannenleuten. Ja, aber ich mein, die kannst du nicht so einfach abschillen. Die sind nicht so uninteressant. Die, du musst schon aufpassen, wenn du die im Kampf hast. Als Nebenklette, dann sind die echt schon was eben. Ekelhaft. Oder du bist irgendwo in einem Nebenraum, ne? Ah. Wie komm ich zu dir hin? Äh, hier hinten kannst du hochgehen. Hier. Hier, wo war scheinbar auch ein Kampf, weil hier alles nur sporadisch gelootet ist. Aber hier ist keine Todeskäste, ich hab auch keine gesehen. Hier ist ne, hier ist ne Schwarzmarkt und hier ist ne Todeskäste geworden. Ja. Schade. Schade. Ich weiß nicht, wir sind da hochgehen, wir sind im Schwarzmarkt drin. Wollen wir hochgehen? Hoch? Ja, können wir rein. Okay, ich komm von der anderen Seite. Jetzt warten die dort genau an den Seilbahnen, wo wir hochgehen. Mein Arm ist gar absolut niemand, oder? Ja. Ja, ich seh sie. Hier unten sind auch Gegner. Der lässt dann einfach hier oben bleiben. Und er springt runter. Haben wir gut getroffen. Abweilen. Korrekt. Hier ist noch irgendeiner. Oh, ich hab die anderen Gegner vergessen. Hab sie? Ja. Da sind noch andere hinten. Die haben ja uns auch gerade beschossen. Kannst du den looten, kriegst du das hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Fuck, nachladen. Der Beschuss. Ah, ich, ich, das ist mir zu gefährlich. Oh, Kunai. Das ist mir zu gefährlich da jetzt rein. Ja, ja, heilig. Ah, ja. Wäre eine Idee. Ich weiß aber alles, was da heilig ist. Lade Schilde auf. Die kriegen sie auf jeden Fall mit da irgendwie. Okay, ich versuch den einzulupen. Ja, blaues Schild. Okay, dann lass gleich reinrummeln. Der eine hat einen guten Rutz gehabt. Ja. Der hier. Oh, die klauen die Sache mit dem Schwarzmarkt, Digga. Okay, wollen wir da hin? Pass auf, pass auf. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Ja, Bruder, ich bin jetzt hier hinten. Die haben so ein Tele- Sie haben Teleporter-Dings hier in der Nähe gemacht. Wollen wir auch? Wollen wir nach da hinten zu denen gehen? Also nach da. Ja, komm, 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 komm. Mach, mach, mach. Oh, lau, ich komm echt nicht weit damit. Kommt nur bis dahin. Ja, das wär zu clever war als die andere Frage. Digga, wir sind zu dumm. Wir sind aus der Zone raus. Lass die lang. Wie die letzten. Nee, Bruder, jetzt bin ich schon hier. Das war vorher die Mongo-Auktion. Wir haben überhaupt nie nachgedacht. Ja, ich hab aber auch nicht über die Zone. Aber die Zone kommt ja noch. Ich glaub, wir hätten den anderen Weg gegen die Zone. Alter, aber dann haben wir gleich Zone-Druck, weißt du? Den Scheiß will ich vermeiden. Die andere Seite wäre irgendwie schneller gewesen. Vielleicht. Ich weiß nicht welche andere Seite. Da war so ein kleines Loch, da hätte man durchgehen können. Ja, die Frage ist, wo Wahnsinn hier ist. Oh, 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 oh. Alter, wir haben vier Kills, Alter. Ich hab nur zwei. Ja, ich hab auch zwei, aber mit zwei Assists, weißt du? Okay, Schüsse aus dieser Richtung. Ja. Lass High-Ground-Abschüsse nicken. Oh, ich bin ein bisschen runtergesteilt. Ja, da hinten waren Schüsse, da hinten waren Schüsse. Ja, da sind die. Lass ein bisschen einmischen damit. Die da oben, ähm... Auf jeden Fall da oben scheinen welche zu sein. Na, da. Wir müssen jetzt hinter uns aufpassen, ne? Und, äh, wir sind in dieser, äh, Attack-Zone. Lass die abfangen, Bruder, wenn die kommen. Wollen wir damit reinballern? Ja, ja, würd ich auch sagen. Okay, ich lauf hier. Das hier ist an dem Baum gehen hier links. Ziel geortet, weit weg. Du siehst das denn hier auch, ne? Die Ulti. Okay, da hinten liegt einer. Lade nach. Ich bin der Jungen. Hast du sie gesehen irgendwo? Ja, da. Ja. Ja. Wie viele? Weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Habe einen. Habe einen. Habe einen. Das waren alle. Hä? Ah, direkt. Nein, 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 nein. Fuck it. Habe ein bisschen Schaden, das ist sehr gut Schaden gemacht. Hier liegt eine von denen. Erzeuge einen Fasenriss. Nein, nicht hoch. Schilde sind leer. Aufladung läuft. Die hielt jetzt ihren Kollegen. Safe. Das ist mir aber egal, weil... Die gleich. Ich hab ihren Feind, Leute. Okay, du gehst... Ich geh... Ich geh... Ich geh andersrum. Ja. Boah, die wird mich ficken. Schild down. Ab sie. Mit dem Dings eingeheftet. Jawoll! Das ist deins, ne? Ich hoffe, das war jetzt deins. Das war meins, das war meins. Hast du mir kurz bluten? Boah. Oh, nice. Einfach wie sie. Let's go. Ja, Schildbattarie ist hier drin. Boah, die krassen Stuff. Ich brauch unbedingt Dings-Money, ne? Energie-Money. Alter, Junge. Ich hab kein... Ich hab nichts zum Heelen, Bruder. Hier sind ein paar Spritzen da drin. Äh... Ich kann dir welche geben. Ich kann dir welche geben. Hat die ein Medic oder so? Warte, warte, warte. Ich hab die ein Medic. Ich brauch unbedingt... Ja, die hat ein Medic-Kit, Bruder. Die hat ein Medic-Kit. Alles gespannt. Ich brauch unbedingt Energie-Money, ne? Ich hab noch 80 Schuss. Äh, friedlich. Oh, ist noch ein 1-Squad, ne? Wir sind in der Nähe des Rings. Wir haben eine Minute Zeit. Mann, die haben alle kein... Ist doch kacke. Boah, Junge, Alter. Siehst du, da hat das Flankieren wieder funktioniert. Der Ring ist nah. Aber die Bangalore, ich hab das... Also ich muss gestehen, es war aber auch gut, dass ich getroffen hab mit dem Crew, Bruder. Weil die hätte dann... Damit konnte die mich nicht verlieren. Ne, ich war so oder so direkt hinter der. Ja, aber die hätte es vielleicht geschafft nicht zu verlieren in der Zeit, weißt du? Ich wusste jetzt nicht, was für eine Waffe ist. Ja, er wollte halt, ne? Ein Nassi. Ein Nassi ins Haus, Bruder. Ich hoffe halt so sehr, dass wir... Ähm, jetzt... Ähm... Dort Energie-Money finden, ne? Hier! Verdi. Das ist echt schlecht grad für mich. Wo sind die? Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Was? Auf! Da? Digger! Ja, ich bin down. Einer liegt. Ich geh den anderen spoten. Ja, ja. Er kommt runter, er kommt runter. Ne, er bleibt hier oben. Wollt er doch? Wollt er runterkommen? Ja, ja. Kannst du Granate werfen? Ja, ja. Ich mach grad alles, warte. Gott. Oh mein Gott! Warte, Junge, Alter! Diese kleine Missgeburt. Oh mein Arsch! Alter, ich bin so dumm gestorben. Scheißegal, ich hab die beiden gefickt, hast du? Bruder, weil du mir sagen konntest, wo die sind, Junge. Oh mein Gott! Ich musste alles da durch, Junge. Ja! Ne, du weißt, wie Flank... Janik, du weißt, wie Flankieren funktioniert, ne? Ja, aber das ist nicht in so einem kleinen... Trinkenhaus oder es funktioniert da nie. Janik, du weißt, dass es bei uns öfters funktioniert, ne? antreichs ungefón, ja hoping, dann! Oh mein Gott! Genau! Weißt und twang. Wir sehen.